hey leute was geht willkommen zu einem neuen folge von minecraft badwars mit julian ja ein wunderschönen guten abend ja hallo oder morgen oder malzeit dann auch immer du das oben jetzt irgendwas ja passt schon irgendwie ich glaube das wird erst relativ spät kommen alter ich meine unser geheimes projekt startet ja dann irgendwann und in der zeit lade ich halt nur minecraft eigentlich hoch und zwar dieses minecraft was ich jetzt halt nur flow aufgenommen hat also normales minecraft einfach hier ist ein loch pass auf nicht rein ja ich habe mir erstmal ein bisschen was geforbt und holen mir jetzt erstmal sachen hier ja ja ich bin dran gib mir das boah er trägt mir nicht danke ein klick muss gar nicht extrem sein oder so nein nein hört man nicht ne kein stück eigentlich doch hört man man nicht oh gott ob ich wäre fast zu doofen verunter was war das denn ach so marian ist fertig schön zu wissen ich fahre mit gold für ein schwert ich bin richtig erschrocken ich habe 3 gold 3 silber meine ich gold gleich von mir gold jetzt schon obwohl ich beim silberstand stehen gg maxi ich hoffe der sound ist so in ordnung leute müsste ja eigentlich nicht laut sein minecraft jedenfalls nicht und julian stelle ich sonst leiser ja bitte bitte öffnen die hat sich verdient laut zu sein sorry bro sagt was ich fühle mich von dir am stich gelassen was macht er denn mohre tümer welches sind wir noch mal geht doch weg alter was haben wir denn für ein kack kacklattenteammaid schon wieder und zuletzt das game auch ne und ich krieg ich sicher nö alter was ist das denn spielend rot und warte ist das war das ein roter es war ein gelber und sollten was ist das denn schon wieder für ein teammate alter unsere team jetzt wieder zu dumm zum kacken alter der steht neben mir anstatt irgendwie mir zu helfen oder so nein nein der steht da rum und guckt zu wie ich sterbe wunderschwunder prächtig knuffel standard ja mach ich auch immer ständig ja mach jeden tag wenn mir so danach ist ich guck gerne leuten zu ich guck gerne leuten zu die sterben ich geh ins medzeln ich hab's mal neues hobby also ich meine es ist schon ziemlich lustig das immer ja schmeiß weg maxi muss ich denn weil ich so scheiße bin lalala mhm 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 bro hilf mir kann grad nicht jetzt was denn hilf mir okay was ist denn ich bin gerade am gold in der mitte kämpfen bin auf dem weg auf was bauen unsere teammates denn hier für kacke ey ich hab vier gold habe gekillt muss ich hier lang wo muss ich lang da wo ich gerade schon falscher weg glaube ich warte es ist blau oh blau nein gelb gelb rennt zu uns spaßt hinter dir gib ihm gib ihm hart spaßt gib ihm so wie er noch nie gekriegt hat so tief ich muss das mal wieder zubauen hier ich hab sechs gold ich hab fünf ich hab mir gleich erstmal neisenschwer ey du ey du prozent nazi verpiss dich wir haben heute in der schule erfahren was prozent ein prozent nazi ist ok da freust dich immer richtig danach wäre so nützes wissen weißt du ja ja klar meine fresse da kommt wieder einer zu uns von gelb das sind nazis die sich für nazis heilis aber nicht zugeben wollen nice julian ich bleibe mich schon erst zweitemal das hingewertet hab boah war das grad windig ey ich war auch eben einmal kurz draußen ich war ja noch mal lukas ja und ähm haben so gedacht ja geh ich mal nach außen ne geh raus ja voll übertrieben ey maxi voll gar mal die kriegt ne xbox one wieso äh wie ich meine mutter und ich haben uns einen handyvertrag geholt da hast du gerade mit bei ein was einen handyvertrag geholt da hast du gerade mit bei klar und bei einem handy ist ne xbox one mit bei ist geil ja mann das heißt helo 5 bitches aber kaitart wieso treffe ich den denn nicht weiß ich nicht ach das ist eine von uns pfff oh bro ja mann der hat gesneakt ich konnte seinen namen nicht sehen also nicht seine farbe weißt du nein es ist nicht dein ernst johan was töte mich wenn du siehst töte mich warum ich hab nen bogen warum sollte ich weil ich grad zu dumm bin um zu gehen ja gut ja das ist wunderprächtig geil glaub ich jetzt mal draufhaben also ich liebe ja dieses holz holzschwerd einfach nur ne ja ja team gelb wurde vernichtet lol weil du einfach so geil damit abwehren kannst äh team gelb wurde vernichtet ähm geil ja das sieht aus wie so ne gewonnen runde wär ja hart geil wenn man eigentlich mal ne wunde gewinnt hä boah hast du essen ich war hunger gleich ich hab noch eine noch eins essen ein essensbalken nice nein ich weiß ich wollte aber nice sagen gib mir ein steak ich brauch noch zwei gold dann hab ich äh level 2 bogen äh und nom 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 äh eisenschwert warte mal dass du oben bist nicht du ne ne ich geh snipen ich kam mir hier in der mitte rum und farm mir grad gold zusammen ob die feinen siegen bitch oh voll cheating eigentlich aber egal was tut der denn da ist der game wie bürr ok noch eine welle von gold und ich hab level 3 bogen und dings warte ich noch die letzte welle hier ab letzte gold welle ja das war doch gleich du bist ne helde ey komm ich will jedenfalls noch richtig gut equipt werden komm 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 so ist das unsere base blau hat noch zwei ich hab x so ein ding ja das ist unsere base ich stehe die ganze zeit und stippt die alle weg vor allem wir haben das einzige bett noch was steht ja man dann erst mal 27 eisen noch gesammelt auch bin ich toll ey ok jetzt geht's ich wollte blöcke holen genau jetzt weiß es dir ich wollte blöcke holen das war die falsche kiste jo tschak ich brauch auch und los geht's okay gut ich brauche Bronsi jah ich geh ich auf die andere seite dieser äh von dem Wasser ne 3 steck Bronsi verpiss dich verpiss dich ich blücke ich blücke dich weg ich blücke dich weg mit meinem goldenen englisch dein englisch ist richtig cool naja man hat's weg yolo streckenso Niii Niii Nein! Was hast du getan? Ich bin gestorben. Ich liebe dich dafür. Das sah so behindert aus. Wollen wir noch Eisen? Warte, hier ist Eisen. Und Bronze. Und noch mehr Bronze. Danke. Gib mir das. Ah! Putze! Alter, wo kommt der denn her? Ist unser Team zu dumm, um aufzupassen? Wir kloppen hier alle auf den Rauf, ey. Den kriege ich, den kriege ich. Unser Team ist zu doof, ey. Haben wir es gewonnen? Ja. Ja, Mann! Ja, Leute, das war es mit dieser Folge von Minecraft Bad Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Haut da rein. Da rein? Aber du da rein. Haut da rein? Ah, nee, da rein, oder? Nee, da, oder? Ach, 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 hau rein. Hey, Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von Minecraft Bad Wars. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Unten links kommt ihr zum letzten Minecraft Bad Wars Video. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Da rein.